Ich bin Raphael, der Mann von Marie. Das ist Ihre Tochter. Sie heißt Juliette. Juliette? Gibt's Arbeit in der Gegend? Ich arbeite mit Holz. Diese Hände können alles machen. Du bleibst bei uns hier. Mit Juliette. Sie wird hier aufwachsen. Hör mir gut zu, Juliette. Niemals würde ich eine Entscheidung treffen, ohne dich zu fragen. Was wir tun wollen, entscheiden wir immer gemeinsam. Vorhin war ich am Flussufer und plötzlich hörte ich ein Mädchen singen. Das klang sehr schön. Wohnen Sie denn hier? Sind Sie Abenteurer? Ich verdiene so mein Geld. Ich bin total verrückt. Du bist nicht verrückt. Die Liebe ist verrückt. Und gefährlich. Im Dorf, da glaubt niemand mehr an die Magie. Es gibt niemanden, der noch singt außer dir. Man kann sehr gut ohne Mann leben. Seht mich an. Wer ist denn da? Das kleine Rotkäppchen. Rühre mich nicht an. Du hast einen merkwürdigen Ruf. Wieso gehst du weg? Geh dahin zurück, wo du herkommst. Das Leben geht nicht liebevoll mit uns so. Aber wir haben wenigstens Hoffnung, das hält uns am Leben. Und eines Morgens erblickst du oben am Himmel. Scharlach-Rote-Segel. Alles, was wir uns vorstellen, ist möglich, meine Kleine. Ich bin auch da.